Wie geil schmecken eigentlich Äpfel? Merke ich gerade. Merke ich gerade mal wieder. Ja, damit kann man einsteigen in die Folge. Herzlich willkommen dann auch. Das ist eine Frage, die sollst du mal nochmal in dein Community stellen. Herzlich willkommen und schön, dass du eingeschaltet hast zu einem neuen B-Part Gaming Video und zwar mal wieder zum Pro Club. Da haben wir ja das letzte Mal sozusagen unser Comeback gegeben, nämlich mit dem Benni zusammen. Hallo. Und auch dem Chris. Hallo zusammen. Ja, und dieses Comeback war, naja, mehr oder weniger von Erfolg gekrönt. Und ihr seht unsere Bilanz 1-1-1, also alles mal dabei gewesen. Schlechter Start mit einer Niederlage, dann ein 0-0, sehr spektakulär und dann aber immer ein 6-1. Ja, und wir wollen es heute mal ein bisschen besser machen und im besten Fall drei Siege einfahren hier für die Meisterschaft. Das geht auch rasend hier, man sucht den Gegner, hat den Gegner, ist in der Arena, jetzt kann es hier losgehen. Also die Leute, die spielen im Pro Club anscheinend ohne Ende. Was ich glaube auch wahrscheinlich ein Unterschied gemacht hat beim dritten Spiel ist, dass wir alle unsere Eigenschaften nochmal eingestellt hatten. Ich glaube, das hat geholfen, zumindest bei mir L2-R2-Tribbling. Ja, das stimmt, das habe ich auch genutzt. Also vor allem, vor allem, das wäre jetzt unlobisch, aber irgendwie habe ich es in Sachen Schnelligkeit gemerkt. Ja, echt, das war die Eigenschaft schnell. Die Eigenschaft der Orbelwink. Eigenschaft schnell, ja. Ich hatte vorher die Eigenschaft langsamer. Okay. Dö, dö. Warte, warte. Kommt doch auch nicht auf dich. Sollen wir einen Plug-Maxen machen? Oh, der ist... Oh, der ist... Kann man, kann man machen. Ah ja. Das haben die ja alle für Namen. HZ, Easy, XZ, Alter. Und dann der andere irgendwas mit Swag am Stort. Am Stort? Ja. Und dann bitte die Georg, ach nee, das... Och, ey. Also noch läuft es nicht, also... Nee, ne. Der Georg lässt sich nicht richtig mitspielen. War auch bisher, glaube ich, eins... Der war nicht schlecht. Im langen Hoch zum Gegner gespielt, das gefällt mir. Oh, oh. Ja. Nein. Junge, Junge, Junge. Also, die Luft wird eng. Ja, und dann so ein... Ding, ja. So, sollte der... Die Luft wird eng? Die Luft wird eng, ja. Ja. Wenn du einen Berg hochsteigst, dann wird die Luft oben eng. Nee, die wird eher dünn, aber... Ja, ich möchte... Ja, wahrscheinlich, der Lupfer. Nee, kurz überlegen. Nee, die wird eher dünn. Aber wie er dann auch noch das mit dem Beispiel bringt, wo es dann wirklich eng gelöst ist, ne? Nee. Durch? Oder kurz? Nee, ich bring mal... Und direkt in die Mitte? Ja. Und ein weiter? Immer noch? Och, warum kommt der so hart? Hast du? Hast du? Oh. Sorry. Gerade, aber ist noch. Oh, weiter genau. Marien. Ja. Wollt ihn in die Mitte rein. Aber hat er denn mit der Hacke gespielt? Ja, das hab ich auch überhaupt nicht verstanden, ey. Ich sag ja, die Lakenpässe jedes Mal. Weil ich hab da irgendwie kein Vertrauen in unsere Mitspieler, dass die halbwegs fünftige Schlusswert haben. Kannst mal kurz? Oder jetzt durch? Ja, ja. Ja, irgendwie lag das sich daran durch. Ja. Das gibt's nicht, jetzt macht er ja noch. Schön, saug. Ja, man! Ja, man! Wuhu! Mein Gott, ey. Ja, aber danach halt auch schön gemacht. Danach war's gut gemacht. Am Anfang, also, da hätt ich schon fast den Controller geworfen als gegnerischer Spieler. Das war gut gemacht, aber die zeigen jetzt gerade nicht die entscheidenden Szenen, da wo sich durch den, wo sich die zwei Spieler da, ehrlich, vollkommen planlos durchschlackt. Das ist der Wahnsinn. Alter, geh auf dem mal mit dem Ball zu uns. Komm, so dünn, ey. Das ist echt traurig. Haben wir noch, haben wir. Jetzt spielen wir nicht mehr. Ja, spielen wir. Jetzt nicht mehr. Ja. Jo. Ey. Ja! Was ist das denn? Wie der denn umgritscht? Alter, wie die, wie die rumsinsen. Was zur Hölle? So, in die Mitte rein. Ein weiter. Ja, wunderbar. Der war stark. Ja. Und hast du noch? Schön unten, unten. Oder nicht? Mitte. Jetzt durch, durch, durch. Oh! Krass! Oh, was? Den kann er machen. Was macht denn mein Spieler? Krasser Pass. Ja, der war echt nice, ey. Oh, nein. Muss ich machen, ey. Scheiße. Ja. Jetzt, jetzt. Boah. Oh, oh. 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 Geh, 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 geh. Oh, der hat, 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 hat er. Jetzt, Spiel. Oh, schade. Da sollte die flache Flanke kommen. Ja. Ja, die wäre gut gewesen. Absolut. Ach so. Ja, ja. Boah. Wir müssen das zweite machen, ansonsten wäre es echt bitter. Ja. Jetzt gehe ich mal, jetzt gehe ich mal. Friedlich? Ja. Ja. Gut, ich laufe mit, aber da sind relativ viele. Ja, ach, ach, man. Ich glaube, ich glaube, wir sollten generell mal öfters flach flachen. Naja, wenn es 1-0 ausgeht, bin ich auch zufrieden. Ja. Aber wie gesagt, es ist so ein Lucky Punch. Weil mein Tor halt hässlich war, ne? Kann es immer gehen, ja. Warte, jetzt spielen wir gleich. Och, yo. Ja, auf Nummer sicher. Also ein bisschen auf Zeit spielen, warum nicht? Einfach weggetroschen das Teil. Da würde mich jetzt mal wieder interessieren, was wolltest du machen? Ich glaube, das wollte ich gar nicht erklären in der Szene, ja. Okay. Ja, das habe ich ja vorher ganz klar abgewiesen, ob das noch geht. Ja, ja, spielen wir es. So, jetzt spielt Benni. Oder ein, ja. Ja, Mann, ey. Schön zentral aufs Tor. Da kann der Torwart wieder nichts machen. Da kriege ich hier auch Dr. Pieke. Guck mal, der Torwart, also der Torwart, das sieht so aus, dass er aber weggeht. Der ist überrascht auf der kurzen Distanz. Zack. Sauber. Fühlt so schade, dass Gereck das komplett alleine macht, aber... Was soll das denn heißen? Ich bin ja alle Spieler und spiele dann auf den, der frei ist. Ne, hallo, ich war... Du weißt doch ganz genau, dass du eigentlich auf mich spielen wolltest. Hört ihr mich noch? Ja, wahrscheinlich. Ich habe gesehen, dass ich da die Torchance kriegen kann und dementsprechend will ich natürlich auch das Tor machen. Ist doch ganz klar. User in your channel timed out. Oh, der Chris ist raus. Der Chris ist raus. Gut, dann müssen wir das jetzt hier irgendwie ohne ihn über die Bühne bringen. Spielt der noch mit? Ich habe keine Ahnung, man. Soll ich ihn mal anspielen, Probe? Ne, ne, er bewegt sich noch, also... Okay. Ich bin da kurz, aber du kriegst ihn wahrscheinlich nicht. Ja, doch, da bin ich da und jetzt ist er meiner. Ja. Und da ist es vorbei. Jawoll. Boah, gut, dass wir das Ding nicht verkackt haben doch, ey. Ja, das wäre gar nicht gewesen. Chris, was sagst du dazu? Ich habe wichtige drei Punkte. Ja, absolut. Chris, Chris, was sagst du dazu? Oh. Silence. Ja. Kleine Rangnotiz. Chris K. mit einer 5,5 als Bewertung beim 2-0-Sieg. Ja, also ganz ehrlich, das könnte schlechter sein. Ja. Man muss immer alles positiv sehen. Aber gut, Benni, du auch noch eine 6,9. Ich hatte, glaube ich, 6,5. Also es war jetzt von uns auch nicht so überragend. Muss man dazu sagen, fairerweise. Bin ich sicher. Aber das sind, Chris, ich weiß nicht, ob du die kennst, kannst du die Einwürfe mit Dreieck machen und dann so Linien lang machen. Damit kannst du halt immer überraschen. Ja, der... Ah, ich wollte eigentlich... Meinst du Steilpässe? Rückraum, Rückraum, Rückraum. Ja, aber bei Einwürfen, ja. Und nochmal, nochmal. Jetzt auf dem zweiten. Spiel ihn? Ja. Schade. Jetzt kommt ein Konterstärke von uns. Viel Spiel. Also jetzt, warte... Ja, warte. Jetzt. Boah. Ich bin im Rückraum. Ist das ein Teil. Und noch ein... Och, der nimmt den Ball an wie so eine Omi. Mach ihn. Mach einfach rein. Oh. Ich habe den Pass nicht gespielt. Ja, ja. Ich bin in Ordnung. Weißt du noch, beim Lamentieren, weil es da hast du die Chance, 1-0 zu machen. So, unsere Freischussvariante. Ja. Oder Eckenvariante. Freischuss, ja. Eckenvariante. Jetzt aber. Ja, ne? Freunde der Sonne. Spiel mal lieber kurz hier. Ich bin das nicht. Ne, ich weiß doch. Ja, aber du hast, du hast Georg, du hast Georg aber auch angeguckt. Ich habe es gesehen. Ja. Spiel mal einen Rückraum. Oder auch einfach eine Kranke. Mach ihn! Oh! Schaden. Da war der, da war der schwache rechte Fuß. Das sind erste Angriff, die wir hier fahren. Ja, das ist durchaus nicht schlecht, was die. Hau ich mal wieder raus. Da spielen. Was die da. Spielen. Die haben sich jetzt Luft geholt. Noch mal kurz für diese wichtige Aussage vorbereitet. Also die Luft war gerade wieder ein bisschen eng, deswegen. Ja. Ja, den muss ich dir lassen. Den muss ich dir lassen. So, den habe ich. Oh, schade. Das lustige war, ich habe in dem Moment echt 10 Sekunden lang überlegen müssen. Ich dachte, Luft ist eng. Und, ja. Ei! Oh Gott. Oh, das macht er nicht schlecht. Schade. Hat er zweimal sehr gut gemacht. Stimmt, wir führen ja noch nicht 1-0. Scheiße. Ne, hier, da. Bup. Stark. Ich muss das trotzdem besser verteidigen. Ja, das sowieso, Georg. Hol doch. Ich habe das Gefühl, das sind Deutsche. Ja. Das ist, das ist vage, aber es könnte sein. Alter. Ja, hast du einen Ort. Immer noch, immer noch? Ja. Ich gehe. Oh, was machst du da? Ja, warum? Kommt doch ran, kommt doch ran. Ein weiter, ein weiter. Noch ein, noch ein weiter. Ja. Und jetzt durch. Jetzt. Guck mal auf Chris. Ja. Nein, ja, ja. Nein, abseits. Fuck. Das hat, das war echt geil gespielt, ey. Oh Mann, schade. Das wäre das schönste Tor bis jetzt gewesen. Ja, durchaus. Ja. Na ja, ist halt auch schwer von 6 Meter reinzuschießen. Na eben, also. Ja, ja, Leer, lacht um mal. Weißt du, du lachst dich da vorher wieder, du bist ja, ich kann mal da gar nicht da beitreten, das ist ja. Da vorne war geil auch im Außen. Ich habe extra erstmal nichts gesagt, aber. Ich komme wieder. Ich komme, Chris, hier. Oh, warum nicht für dich so scheiße mit? Ja, Doppelpass, da ist der Benni wieder am Ball. Oh, er macht. Oh, er macht. Weißt du, das ist ja wieder ein Tor gewesen, ey. Echt der Wahnsinn. Oh, wie er mich umholzt, ey. Gibt's ja nicht. Ja, ich gehe. Sehr schön. Und direkt, direkt. Oh. Ja. Ja, ist das geil. Oh. Oh. Hast du manuelles Schießen drin, oder was bei dir los, Chris, ey? Ich habe gehofft, es kommt kein Spruch. Ne, aber ehrlich. Ne, war auch wieder schwer von 6 Meter. Jetzt muss ich aber auch mal was sagen dazu. Jeder Schuss in diesem Spiel kommt momentan auf meinen rechten Fuß. Oh, ja. Ja, dann leg ihn dir um, oder mach eine Ballrolle am Tor vorbei, oder irgendwas, ey. War echt. Ja. Und beim nächsten Mal. Heul doch. Mit Geld. Bin kurz. Ja. Oh, wenn er denn nicht so weit spielt. Ja, 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 ja. Scheiße. Alter, der macht. Da rechnet man nicht mit. Ja. Oh, man schau das an. Ja. Haben wir. Och, das gibt es doch nicht, ey. Und was? Och, der spielt da einen. Pass, du. Hast du, hast, hast du. Warte, warte, warte. Ne, den kann ich nicht spielen. Jetzt. Ja, der kommt. Zauber. Nicht schlecht. Ja. Hast du. Ja. Der macht ihn nicht. Schieß doch. Ich raste aus, ey. Ich hab sofort auf Schuss geballert, ey. Und der macht nochmal einen so einen Ballkontakt. Guck mal, wie ich den Ball hier ober. Was ist los? Komm, Chris. Durchtanken. Ja, ich mach dich. Ja, ich mach dich. Ja, drückgängig. Ja, drückgängig. Ja, drückgängig. Ja, drückgängig. Ja, Mann, ey. Schade, schön, 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 schön nachgesetzt. Guck mal hier auch. Oh. Oh. ganz ehrlich eigentlich hätte das wenn ich sein müssen und wie er sich da durchlackt dann muss das auch mal sein schön schön und verdient es ist ja nicht und dann machen sie wieder ihre Sachen ja ich spiel und noch ein weiter gut gedacht dabei ja die Spasti sorry die Opfer mann dass die jedes Mal ein QR legen und denken wir kommen nicht ran ja ja Freundchen das rächt sich jetzt wird ja am liebsten Sprachaktivierung machen und die auslachen also ich bin ja auch schön wie wir beim Moment des Erfolges dann auch Größe zeigen und dann gehen wir erstmal niedermachen Benni bringt's auf den Punkt war vielleicht ein bisschen übertrieben aber endlich haben wir die mal bestraft dafür dass sie jedes Mal die Verleichter ich hab mal vorhin gesagt dieses dieses One-Touch diese One-Touch-Spielerei kann nach hinten losgehen so meinst du? so kann es auch nach hinten losgehen ja der steht abseits nein doch nicht Karma is a bitch meine lieben Freunde hab ich kurz, bin kurz das ist richtig mit nicht mehr Chris sauber ach noch hab ich noch he he wohl das faul ich nicht ja ne also Spasti es war übertrieben und Opfer auch tut mir leid ja ich schick dir einen Piepton den du beim Video Editing benutzen kannst ja immer respektvoll bleiben vor den Gegnern das ist ganz wichtig oh guten Morgen Chris ja guten Morgen dann wäre ganz wichtig gewesen nicht den Ball zu verlieren weil jetzt wird es nicht mehr erregend kein Problem Krusabe ist da und jetzt steckt dann durch und Chris machst du auch mal deinen ersten Treffer? ne ich lauf da mit und dann das müsste es es gewesen sein hoffe ich mal ja nimm ihn mit der Hacke mit oh jawohl da ist er da ist er gut haben wir das Ding auch geholt wichtig ja so langsam kommen wir rein Jungs so langsam kommen wir rein ja das habe ich das Gefühl aber das war schon dann auch doch dann noch recht das war ein ein hart erkämpfter Sieg ja das gehört auch mal dazu auch mal einen Rückstand gedreht so so kann man das Fazit ziehen na gut dann gehen wir mal gut hätten wir das auch geklärt 5-4-3-1-2 ja und gucken mal ja vielleicht macht ja auch der Chris mal ein Tor kann ja nur schlechter werden Chris hast du noch kein Tor heute geschossen doch echt? ja sicher das ja der ein der das eine Tor da wo der fast einmal vorbeigelaufen ist denkt ihr schnell was aus? nein stimmt stimmt wo er den da mit links noch reingezogen hat ja den muss man dir gehen warst das einzige Tor? ich stelle da gerade selber schockiert fest ich stelle da gerade selber schockiert fest ich stelle da gerade selber schockiert fest ja da muss ich mal ein bisschen auf den Ego-Trip jetzt gehen das ist gerne das geht's eigentlich du hattest zwei, drei andere hundertprozentige noch aber ja gut die waren aber alle mit rechts und äh oh das ist Regen Regen quitten bitte ich spiele übrigens mit Fünferkette oh ja ja da geht's Regen und Fünferkette ja ja das ist natürlich das ist für Spieler unserer Kaliber ist das schwer so und jetzt wenn du jetzt ein Tor machst dann ist boah das wäre so geil gewesen da ist er ja boah Junge alter scheiße der war nice danke hab ich auch gern zu nem Tor verwertet aber das waren wir nicht vergönnt oh was ist mit ihm was ist mit ihm los boah die geht aber auch ab ja gut also den kann man aber auch machen bisschen Glück gehabt jetzt mit L2R 2 drinnen und ne Grätschflanke die sind immer besonders schön gut hätte ich nicht dreschen müssen aber da steht ja sogar einfach bei uns und die Ballernahme der klebt am Fuß die Ballernahme war definitiv äh sehr schön Alter was für'n Kick bis hierhin ne das ist unglaublich also achs war mir irgendwie so aber roch mir noch ein Verlust äh mein Ding da zieh ich auch mal das taktische seh ich oh jetzt ist er durch antäuschen oooooh mein Ding mein Ding Jungs sorry ach ey schade es war unnötig ja absolut das stimmt leider wobei wobei man auch sagen kann also sah jetzt auf dem ersten Blick aus als ob er ja ist auch mal drauf reingefallen ne das sah so aus ob er haltbar gewesen wäre der fliegt halt so komisch ja der ist mega haltbar aber unser Torwart kann er halt auch nix äh guck mal wie er seine Hände macht ey also das war das war ja fast Arbeitsverweigerung was er da macht na egal eben haben wir auch noch gedreht jetzt drehen wir auf ich glaube er möchte vor allem sein Glied schützen ja das das wird's gewesen sein und da muss ich ganz klar sagen das kann ich nachvollziehen ja also bei mir bei mir wird alles richtig angezeigt oh ja genau ja ja er macht sich nicht da ist auch ganz gut jetzt mit geflächen kann sich einer von uns rechts obwohl die Stimme ist wirklich naja spiel doch also ich hätte also ich hab gepasst und meinte boah jetzt muss oh ich schieb aber jetzt mal eine jetzt mal eine oh oh du hast auch Malu und nochmal jetzt spiel rein komm boom oh ok ja ja jawoll jetzt sauber ja ich so einfach im tollen auch ach du meine Güte wo schießt du hin bruder einfach rechts am Torhüter vorbei und Tor ja egal ich könnte ich könnte jetzt ein paar Erklärungen auspacken aber ich glaube das würde nichts bringen ne ne also wie du ihn vorweist ja pass auf das war wieder scheißrechte ja man mit links wäre es auf jeden Fall besser gewesen ja ist ja wohl ja das ist rot ach man ey man 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 na der war auch schwer oh ja sauber weg ab nach hinten ich geh wieder rück rum ja Chris ja spielen direkt unten mach ihn ja den macht er ganz schön gespielt ey Mann 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 komm wir machen noch einen jetzt ich stell aber trotzdem wieder ein bisschen durch den Weg ein ja aber schön sehr sehr eiskalt gemacht gut gespielt du hast du oh ich dachte er dreht sich oh der ist einfach mal durch durch haben wir ein bisschen kurz so jetzt ganz gut ui ja nice so irgendwie durch ach wieso spielt ihr denn auf den ersten? den jetzt wird es interessant oh schön richtig komm noch rein nice geh mal unten ja nice da ist er da ist er jetzt passiert es hier auch ey ach kacke naja wir haben noch Zeit jetzt werden wir noch einmal machen und wir haben noch einen Angriff doch doch ich kenn den Schießrichter das war es das war es ach ach schade der Ausgleich kam einfach zu spät hätten wir zum Beispiel der Pfostentreffer in der zweiten wäre der reingegangen oder so dann hätten wir echt noch Chancen auf den Sieg gehabt äh äh managen Mannschaft also unter meinen Pro siehst du Statistiken bpg Chris K sechs Einsätze ein Tor Benja fünf Tore äh ne ich hab fünf Tore Benja hat sechs Tore oh ja ja das ja ich hab mich ich hab ja als ich hab als Vorbereiter geglänzt auch das nicht aber doch 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 das kann man sagen also ganz ehrlich also der zwei Torvorlagen der Georg hat sechs gemacht und der Benni oh scheiße Null das Ego Benni hat kein Tor vorbereitet ja weißt du warum weißt du weißt du wieso weil Chris sie nicht macht richtig weil sie oft griffspiele ja ja hm also ohne Scheiß ja was willst du da machen ey ja das ist wirklich so na gut alles klar dann haben wir auch hier wieder die drei Spiele gemacht hat leider noch nicht zum Titel gereicht ja das haben wir uns für die nächste Folge aufgenommen clever wie wir sind richtig damit ihr auch wieder einschaltet zwinker zwinker wir haben auch ein paar Dinge die noch verbessert werden müssen absolut also 4-3-1-2 können wir glaube ich wieder in die Tore die Chance ne ich würde das auf jeden Fall nochmal probieren ja stimmt wir haben ja auch dem 4-1-2-1 noch eine Chance gegeben definitiv also es hat auf jeden Fall Spaß gemacht und dann wie gesagt auf jeden Fall nächste Folge geht es dann um den Titel in Liga 10 um den Aufstieg natürlich dann auch mit dabei und hoffentlich dann auch das Debüt in Liga 9 also da müssen wir schon richtig hart verkacken wenn wir das nicht schaffen sollten allerdings also da ja gut lasst euch auch mal rastchen vielleicht schaffen wir das ja auch richtig man soll niemals nie sagen ich bin raus tschaui tschau ja ich ebenfalls tschau tschau Oh ja jetzt aber komm mach ich nein was schießt du denn Digga oh mein Gott Bis zum nächsten Mal.